Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde von Unicap auf V2, mal im eigenen Spiel. So, dieser wird etwas schwerer, da wir diesmal die Gegner auf Experience haben. Letztes Mal hatten wir die auf Neues. Letztes Mal stellen wir die auf Advanced, also Verbessert, stellen Timeline mal auf 0, Niko's Score mal auf 30, das heißt das Spiel wird ein bisschen länger dauern. Need Freak wird angemacht und sonst nichts. Und wir starten einfach mal wieder. Ich versuche mal nicht ganz oft zu sterben. So. Bullseye, first blood. There we go. Hier ist er. Losiedas ist schon sehr schnell. Hier ist der erste. Wir können nicht mehr sehen, dass der Gatt hat. Wo ist denn hier das schon ein Kilo? ...ein Wettbewerb. ...double kill. Oh! Ich habe das in Perfeckel-Ska-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Don't take me bro, that was not that bad, don't take me bro. Oh, das war's gut. Oh, das war's gut. Ich hab mich nicht mehr aufgelenkt. Ich hab mich nicht mehr aufgelenkt. Ich bin jetzt wieder ganz gut dran. Oh, ich werde noch zwei leben. Oh, ich werde noch zwei leben. Oh, das sieht man sich da besser wieder rein. Dann war's das mit dem Spiel, ich bedanke mich fürs Zuschauen, boah sind da jetzt richtig gut 30-0 Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, tschüss